Hallo Freunde, der leichten Unterhaltung. Mein Name ist Shado, aber das macht nicht... Ja, wenn ihr jetzt so wisst, woher das stammt, dann seid ihr cool. Freunde, wir waren jetzt letztens in Australien, jetzt kommen wir wieder zurück nach Europa Und wir waren schon überall in Skandinavien, naja fast, wir waren schon in Dänemark, wir waren in Schweden, wir waren in Norwegen Und wer fehlt uns dann noch? Richtig, die Finnen Und als Vertretung der Finnen haben wir heute mit dabei Skyforger von Amorphis So, ja, wir haben die Cavaliere Oka-Metaller von Amorphis heute hier Mit einem meiner Lieblingsalben tatsächlich nach Silent Water Also ich weiß gar nicht, aber ich würde sagen, Skyforger steht für mich persönlich auf einer Stufe mit Silent Waters Aber dafür hat Skyforger für mich tatsächlich doch die erinnerungswürdigsten Tracks Das fängt an mit Silverbride, über Skysmine, Majestic Beast Über From the Heaven of My Hearts und Sampro als Opener Bis hin zu From Earth I Rose Das sind Tracks für mich, die haben tatsächlich von 2009, ist das Albo, leckt mich am Arsch, das hat lange her Das sind ja 9 Jahre, ja, dann hat das Ding tatsächlich, lasse ich nicht lügen Ja, doch, ziemlich lange begleitet als ich arbeitslos war damals Wahrscheinlich brauchte ich die Musik damals sehr gut Naja, gut, Amorphis haben sich ja in letzter Zeit in so eine leicht andere Richtung entwickelt Ich wusste jetzt nicht, so Queen of Time war jetzt ein Album Ähm Ja, sprechen wir vielleicht ein andermal drüber Ansonsten, ich sag einfach mal, ist okayes Album, aber jetzt auch nicht wirklich das Beste Naja Jedenfalls mit Skyforger haben wir wieder klassischen Amorphis Sound, wollte ich sagen, sorry Und ähm Ja, was soll man dazu sagen Eigentlich nicht viel Es ist ähm Eigentlich auch wieder ein perfektes Album für den Herbst Auch wenn jetzt wieder Winter ist Ich kann es ansonsten wirklich nur jedem ans Herz legen Und ich muss es leider sagen, auch wenn mich jetzt dafür viele Amorphis Fans scheinen werden Es ist einfach guter Melodic Death Metal Auch äh Wenn wir tatsächlich einige folklorische Elemente haben Aber ey, die kommen vom Keyboard und das zählt endlich richtig Also würde ich das Ding hier ganz klar wirklich als Melodic Death Metal bezeichnen Und äh Für das ist das Ding auf jeden Fall ein absoluter Brecher Ähm Ja, den Sound von Amorphis kann man jetzt nur irgendwie schwer einordnen Sag ich ganz ehrlich, ähm Ich würde zum einen sagen, es eignet sich zu ähm Tatsächlich für Fans von Nightwish tatsächlich sehr gut Was auch ein bisschen damit tut, dass äh Gitarrist der Band Esa Holopainen ist Äh, der Bruder von Thomas Holopainen Ein Keyboarder von Nightwish Ansonsten haben wir ja jetzt Tommi noch, Tommi Houston Der wieder als Sänger sowohl mit Clear Vocals als auch mit seinen Growlix Einen verdammt guten Job ablegt Und ähm Ähm Ja, ich kann echt nur sagen, ähm Scaleforger von Amorphis, ähm Hört euch, hört mal rein Macht euch ein Bild davon Wie gesagt, Hörprobe unten verlinkt Und ähm Schreibt mir gerne eure Meinung dazu Einen Form eines Kommentars unter dieses Video Ansonsten, ähm Sag ich einfach mal danke fürs Zuhören Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Bis dahin, danke und tschüss